Wir reden nicht nur, wir handeln. Dieses Österreich braucht eine Regierung, die arbeitet und nicht streitet. Sie braucht wieder eine Politik, die an das Land denkt und nicht an die Partei denkt. Und sie braucht eine Politik, die weiß, wo es lang geht. Arbeit darf nicht anmachen. Wir reden nicht nur, wir handeln. Wir zahlen 200 Euro als Teuerungsabstgeld. Wir haben einen Gratis-Kindergarten, wir haben die Wohnbeihilfen erhöht. Das ist eine Maßnahme, wo die Familien spüren, dass wir etwas tun gegen die Teuerung. Wir reden nicht nur. All jene, die straffällig geworden sind, die auf frischer Tat ertakt worden sind, die Serieneinbrüche gewacht haben, die beim Drogenhandel erwischt worden sind, zusammengepackt und habe sie wieder zurückgeschickt ins Innenministerium, weil ich nicht haben will, dass die Menschen gefährdet werden durch solche kriminellen Elemente. Wir reden nicht nur, wir handeln. Wir reden nicht nur, wir handeln. Wir wollen ein Österreich, wo die Fleißigen und Tüchtigen ihr Recht finden. Und wir wollen eine Regierung, die an das Wohl des Volkes denkt. Und wir wollen die Zukunftschancen der Jugend durch Bildung ermöglichen, ermöglichen, ermöglichen. Wir reden nicht nur, wir handeln. Wir handeln. Wir handeln. Wir reden nicht nur, wir handeln. Wir wollen unsere Zielvorstellungen umsetzen, so wie auf dem Plakat. Ärmel aufkrempeln, Armbacken. Wir werden gewinnen. Das PCV wird Österreich mit verändern. Wir reden nicht nur. Wir handeln. Wir handeln. Wir handeln.